Hey Leute, was geht ab? Danke für ein neues Video. Heute sprich ich fortend. Ich hoffe das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lacht und ein Abo. Und zum Anfang kann ich schon mal sagen, ich bin gut. Und ich bin nicht so gut. Also... Ich weiß nicht, was hätte ich für euch. Aber ich denke mal, ich bin so gut. Auf diesem Kanal sind viele Videos von PUBG, Rolls, Alarm, PUBG. Jedes Mal verschiedene Videos. Und unsere gaming Videos gefallen euch. Ja, jetzt fängt die Runde an. Wie ihr seht, ich bin gerade im Bus. Mit dem Deadpool oben drauf. Schon lustig. Leute, ich glaube, wir gehen direkt mal... Das direkt hier hin. Weil hier... Ähm... Sind meistens, finde ich hier... Gute Waffen. Nicht nur, weil da Bots sind, aber... Oder doch, warte, ich geh mal hier hin. Ähm... Ich geh halt dahin, wo ich... Äh... Die Meinung habe, wo ich gute Waffen finde. Das ist, weil ich... Ich geh mal hier hin. 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 Also, ich geh mal hier hin. Und wenn... Ich geh mal hier hin. Ich geh mal hier hin. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Leute, ich hab wenig Leben. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.